So, ich habe jetzt mal die Sachen was unten in der Hand untergelegt, aber es hilft eigentlich nicht sehr viel. So, I've just put something underneath my thumb. But this is not gonna help a lot. So, jetzt werde ich sie mal anfangen rauszureißen. Vielleicht bekommen wir interessante Einsichten hier. Was ist denn so glänzend? Vielleicht irgendwelche Morgallians, die irgendwie mich wieder beißen wollen. Maybe some Morgallons, that would like to bite me again, you know. Those are fascinating. Okay. Now I'm going to start doing this, taking them out. I'm going to breathe at them first. I'm going to make them come to life. Ich werde jetzt zunächst einmal sie anhauchen, damit sie ein bisschen ins Leben kommen, bevor wir sie rausziehen. Damit haben sie ein bisschen Advantage, whatever. Okay, hier we go. Oh, jetzt fang wir an. Aha, not interested. Okay. What about the rest of them? Hm? 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 Okay, this is not working. So, jetzt holen wir sie raus. So, hier kann ich so schön mit der Hand richtig untergreifen unter die Zoom-Linse vorne, wo die, wo die Plattform ist, darunter. So, dann kann ich das so schön biegen, damit ich auch eventuell die Morgallons so ansehen kann. Ähm, machen wir mal so. Dann mache ich mal die Iris, diese Richtung. Ja, Iris an. Dunkel machen. So, da habe ich. Okay, ich sehe, das ist ein bisschen, da. Wo ist das, das? Okay. Ich drehe meine Hand, damit ich das scharf bekomme. Warum geht das nicht scharf? Ähm, I don't know. Ich brauche die Hände wieder, damit ich nicht zu sehr fahre. Ich brauche die Hände wieder anhauchen, um zu sehen, was passiert. Beschweren sich. Beschweren sich nicht, ok. Ah, der Hände ist ziemlich aktiv. Mhm, sehr schön, ja. Okay, habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, diese Arbeit. So, ich habe das schon lange gemacht. Nichts zu diesen Parasite achten, in meinem Kopf. Ich hatte... Ich habe immer vergessen, meine Morgilien hier. Ich denke, ich bin sehr schwer, dass ich das gemacht habe. Ich bin sorry, ich bin zurück. Ich bin nicht hier zu helfen. Ja? Ich werde dich ausführen. Ich bin absolut, ich bin einig. Also, ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Iris. Ich habe meine Hand in eine andere Richtung. I have to sway it a little bit. Like a compass. To get its sharpness. Its focus. Ich muss meine Hand wie ein Kompass. Wie ein Kompass Nord-Süd. Nach links oder nach rechts drehen. In dieser Hinsicht. Damit ich ihn drauf bekomme. Schön scharf. Weil ich das irgendwie nicht mehr hinbekomme. So nah geht auch nicht. Okay. Okay. Let's see. Ah. So am Ende auf. Okay. Now I've got it. I think. Okay. I've got it. We'll make the light a little bit lighter. So. This is fascinating and beautiful. This kind of work. I have to make the shutter a little bit more. darker. Other direction here. There we go. Darker. Darker. And hopefully you guys. I'm about to pull you out now. Okay. So I want you to cooperate with me. If you want to bite me. Do so. You know. Because that way. The clip is going to become more interesting. Right. Okay. I can feel the heat. From the light. You know. It's quite strong. So there we go. I haven't done this so long. I wonder if I can still do this. Here we go. Where's my Twitter? There it is. Okay. I'm gonna bump you. Bump. Bump. Bumpy. 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 Boopy. 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 Why are you bothering us? Why not? Please don't. We. We want to sleep. No. I won't let you sleep. Man. Oh. Nothing man. We have to make it a shot a little bit darker. There we go. Iris. Iris. Yes. I want you to make it a little bit darker. Yes. I will. Pork alien. This is like on 2001. The movie. Hello Tom. No. I don't know. I don't know this red guy's. Red. Dot. Name. Or whatever. Alexa. Yes. Borgillion. I want you to close in closer to those Morgillion's. I will. How is that? Oh. Just perfect. Alexa. Well thank you. You're welcome. This looks interesting here. This one is going to be a little bit I guess aggressive. Which is okay. Now we're going to go get him. Why does this tweezer have this strange pump in front of it. Okay. You got him. We didn't. We didn't. Okay. One more time. You can't lift him up. Why not? I have to look at the tweezer. What's wrong with this tweezer. This is my favorite tweezer. We have to take another one. Okay. Looks like a snake looking upwards doesn't it? No please. Now the light is going to strike on me. This is very terrible you know. We are now here being in space. And this light is going to turn off. How are we going to make it through here? This is impossible. Nothing is impossible. Oh yeah really? Yes. Now go back to work. Okay. And don't slam the door. Okay. Get him out. Get him out. Get him out. Get him out. The other tweezer here. Unders because he is out. And we want to jump out. We can jump out. Let's run on this. What is going out? How is it going out? Lalalalalalalalalalalala I'm going